Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man 2. Wir sind immer noch mit Peter unterwegs und müssen jetzt da vorne hin. Und gucken mal, dass wir da so schnell wie es geht hinkommen. Upsala. Schön, dass er das in der Form auch noch kann. Ach stimmt, wir konnten das... Das hatte ich ja das letzte Mal noch gesehen. Da können wir schnell reisen, richtig? Da können wir direkt... Ja, ja, auch wundervoll. Gehen wir da doch einfach ganz schnell hin. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Und dann sind wir auch schon da. Ähm, wir können hier den machen. Da hoch. Und dann nochmal den Rest fliegen. Was ist passiert? Ja, girl. Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh. Warten Sie. Ich kann Sie vor den Negern beschützen. Um die geht es nicht. Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Kraven? Kravinov. Okay. Das Feuer ist entzündet. Ich sehe schon. Alter! MJ sagt du, du wärst fast gestorben. Bist du okay? Nein, er war tot, glaube ich. Ich habe mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte. Wirklich? Absolut. Hey, ich rufe zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Äh, okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. What happened? Warte, 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 warte. Er hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer. Wuhu. Stopp, halt. Oh, warte. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Fliegen, die müssen weg. Ach, erst mal. Erst mal Vorsicht, erst mal. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, warte, stopp halt. Hihi. Ins Feuer mit dir. Das kann er gar nicht überleben. Okay. Das kriegen wir, oder? Yay. Haben wir noch wen? Da. Okay. Jetzt haben wir das. Jetzt geht's, ähm... Oh. Gucken wir gleich. Was ist das? Eine Flasche? Hm. Okay. Interessant. Bisschen, ne? Oh, shit. Oh. Oh, ups, ups. So, das ist der nächste Ort. Einen anderen gibt's grad gar nicht, wo wir hin können. Upsala. Das ist nicht so ganz gelaufen, wie ich mir das erplant hatte. Mal gucken, ob das cool ist. Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Okay, das war super. Hätten wir das bei dem anderen auch machen können? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mein, das macht schon Sinn, ne? Tatsächlich. Oh, nö. I. Äh. Äh, weg mit dir. Ekliges Ding. Ich hasse die. Die. Äh. Genau, deswegen. Wir sind doof. Gehst du fort von mir. Oh. Okay, das war ganz cool, was auch immer da passiert ist. Ach, Mann. Ach komm, du dobbes Kackvieh. Jetzt gehst du doch endlich mal fort. Nee, weißt du was? Nö. Nö, nö. Jetzt lass mich. Ist es jetzt Wäsch vielleicht mal? Meine Güte. Das ist ja anstrengend. Das ist voll aggressiv. Mal sehen, was hier los war. Ei, ei, ei. Das ist eine sehr coole Fähigkeit. Sieht gruselig aus, aber ist ultra cool. Okay, da haben wir was. Okay. Die Sachen müssen in der Nähe reinkommen. Kein Flugplatz in Sicht. Eventuell bei den Docks. Wie recht führt mich etwas dort zu Craven? Dann gehen wir zu den Docks, würde ich sagen. Die sind ja auch ganz nah. Was ein Glück. Haben wir es gar nicht so weit. So, wollen wir da oben landen? Geht das? Oh. 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 Oh nein. Er braucht meine Hilfe. Ach, definitiv. Ähm, können wir hier hin? Jetzt müssen wir mal gucken. So, erst mal hier die oben. Hätte ich gern alle weg. So, und niemand hört die hier hängen oder sieht die hier hängen. Eben noch jagt der Superschurken und jetzt bewirte der Gäste. So, wir müssen jetzt darüber. Hier war jetzt keiner mehr, richtig? Nee, ne? Da hinten müssen wir hin. Wobei, den können wir sicher ausschalten. Den haben wir sicher rausgekriegt. So, haben wir hier jetzt noch wen? Nee, ne? Ähm, können wir, können wir wen hierher locken? Geh dem nach. Mal nach. Ja, das wär voll nett von dir. Wir haben hier nix hohes, wo wir sitzen können. Außer da, wo wir sitzen. Da ist doch... Wieso bist du Gefahr? Das seh ich nicht, dass du... Was machst du da? Was machst du da? Oh, shit. Oh, shit. Hat das gereicht noch? Geht es dir gut? Steh auf. Nein! Ja, klar, jetzt hab ich die alle aufgeschreckt, ey. Kacke. Das ist immer... Oh, so gemein. Ach, nö, echt jetzt? Oh, nö, echt jetzt? Warte. Stopp, erst mal. Warte, 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 warte. Warte, nein, stopp, halt. Stopp, halt. Ah, nö, stopp. Okay, wundervoll. Okay, jetzt geht's mir besser. Jetzt geht's mir besser. So, und du noch, ne? Waren das alle dann? Ah, nee. Deins vielleicht. Au. Jetzt haben wir es. Okay, auf zum verletzten Mann. Hafenarbeiter. Ja, ganz schnell. Wie geht's dir? Was passiert? Ganz ruhig. Dir geht's ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Ins Krankenhaus. Bitte. Ähm, da lang. Ich war weg, ist eins. Und bitte nicht ankotzen. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Oh, hä? Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Das hat diesmal gut geklappt. Tada. Bitte schön. Neue Lieferung. Du bist sicher? Okay. Wohin muss ich jetzt? Sie bin 1, 8, Kind. Okay. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Nicht so gut, glaube ich. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party, die ihr in 718 kennt. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Wir haben es gleich geschafft, ja. Ist ziemlich nah. Oh, alle schick angezogen. Aha. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Ähm, bitte was? Wow. Sehr coole Kräfte. Kann sich in ein Smoking verwandeln? Hat er bei mir nie gemacht. Hey. Hey du. Komm mal her. Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Die mal. Na los. Okay. Ich glaub deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann such ich mal Dima. Gut. Kriegen wir hin. Das ist super. Oh. Das ganze Essen. Darf ich auch was abhaben? Das sieht so lecker aus. Ich will mich hier genauer umgucken, bitte. Ich glaub ich darf nicht. Ich brauch es jetzt. Kalt kann ich's nicht brauchen. Los. Sehr schick. Sehr viel teures Zeug. Ja. Wow. Ich fühl mich großartig. Uiuiui. Okay. Was? Die hätten sich ja auch alle mal schick machen können, oder nicht? Was ist da los? Geht's da lang? Nee. Kann ich mal durch, bitte? Entschuldigung. Ach, sind die ätzend. Die sind alle kacke. Guck mal, der sieht doch, der ist schön beleuchtet. Das ist unser Ziel, oder? Bewegung, sonst brech ich dir was. Nein? Zu dir muss ich nicht, oh. Das sah gerade so offensichtlich aus. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger. Passt sich an. Sehr gut. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Die sind verrückt. Alle miteinander. Ich bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Hast du gesehen, dass der Bub nicht stimmst? Das ist richtig groß hier drin, ne? Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravenov heute Abend zu uns? Es gibt einige... Oh. Okay. Verdammt. Kraven ist nicht hier. Schildträger? Hm. Er kommt mal hinterher. Aha. Super komische Leute. Nee, nee, nee. Wir gehen mal hierher. Oh, wow. Ja, das sieht nach einem Leibwächter aus, oder? Das muss er sein. Ja. Hi. Bitte schön. Ihr Essen, Sir. Ein rohes Stück Fleisch, wirklich. Echt jetzt? Was soll das sein? Ähm, ich soll das Mr. Kravenovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, na ja, ähm, groß sind? Okay, Dima ist ein Tier, schätze ich. Ich glaub, Dima ist ein Tier. Wie groß ist denn bitte, Dima? Das ist unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach. Mal sehen, wie es dir geht. Platz da. Oh. Sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach. Auf den Weg. Dieses Chaos hier. Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot. Aus dem Weg. Nein, nicht warte. Ach, du Kacke. Was machen die da? Von der Tür. Ich hab gesagt, warte. Hast du gar nicht. Komm schon, komm schon. Seid still, alle beide. Sammeln schnell alles auf und weiter. Das war schön. So, da geht's lang. Erst Dima finden, dann Kraven und sein Lizard Serum. Ganz einfach. Ganz schön gefährlich, was wir hier machen, ey. Hier ist alles voll von denen. Mhm. Das dachte ich mir. Du bist nicht zufällig. Dima. Oh, sehr hübsch. Ach du Kacke, was machen wir jetzt? Geben wir Dima, was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da steht's. Da müssen wir jetzt ran. Da müssen wir jetzt ran. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Kraven ist. Zuerst mache ich einen auf Tierpfleger. Hallo, please. Wo kann ich's denn hin... Da? Ah, ah. Da drüben ist ein Jäger. Ablenkung. Her damit. Das perfekte Essen für einen russischen Tiger, Leibwächter. Okay. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wie? Du musst es verfeinern? Mit was? Wo ist der schlafende Jäger? Hä? Okay, was muss ich tun? Ach. 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 Er ist hier. Kann ich da jetzt... Was, 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 was? Müssen wir gucken. Okay, das geht. Das kriegen wir hin. Schnell. Okay, wunderbar. Hupsala. Das war schön. Wieso hat er sich jetzt so im Kreis gedreht? Das war süß. Hi, Dima. Das ist aber ein kleines Stück Fleisch. Oh. Oh. Da schläft's. Ein lecker Bissen vom Spidey-Koch. So ein hübsches Tier, ne? Okay, wir können uns umsehen. Kraven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Könnte, aber glaube ich nicht. Aber wir schauen mal. Ich glaube, er hat's bei sich. Ich muss ihn gerade verpasst haben. Hat Kraven gebetet? Möglicherweise. Man hört den Tiger schlafen. Das ist voll süß. Der schnarcht ein bisschen. Weitend breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Das ist auch eine gute Frage. Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Hm. Möglicherweise. Können wir ja mal ausprobieren, oder? So, haben wir hier oben noch was? Natürlich. Oh, guck mal. Hier sind interessante Sachen. Oh. Oh. Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnete meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht. Nicht die Kravinovs. Für uns war die Jagd heilig. Eine Pflicht, die uns von einer höheren Macht auferlegt war. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte sie immer. Bei Kerzenschein teilten wir das Pascha in unserer Kapelle. Fühlten, wie die Vorfreude in unseren Bäuchen wuchs. Waren bereit, unsere Ahnen zu ehren. Ihr Blut durch unsere Adern fließend zu spüren. Auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich diese Tradition fort. Die Feuer wurden entzündet. Die Kapelle ist vorbereitet. Heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten. Die Jagd beginnt. Und wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Okay. Gleich. Wir haben hier noch Sachen zu gucken. I'm sorry. Da war noch was. Hier. Anscheinend schon. Haben wir noch was anderes? Da. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Okay. Dann haben wir hier alles. Dafür haben wir jetzt das arme Tiger allein schlafen gelegt. Och Mann. Guck doch mal. Dürfen wir es streicheln? Craven hält sich also ein Tiger. Oh. Ergibt Sinn? Ja. Ich schlafe noch ein bisschen, gell? Okay. Oh oh. Oh oh. Es ist nicht, wonach es aussieht. Oh oh. Raus. Oh kacke. Oh hier ist doch alles voll von denen. Lass die am Leben. Nie. Oh Mann. Die töten mich doch jetzt trotzdem. Ich sehe das doch. Mal schauen, was du kannst. Okay. Oh nice. Oh wie cool. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Oh Gott sei Dank habe ich das. Das ist super cool. Ich fühle mich so stark. Alles platt. Vor allem diese hässlichen Roboter. Das teilweise exakt. Oh was. Die Symbiontenwelle stärkt die Wucht deiner Angriffe enorm. Solange sie aktiv ist. Löse sie aus, wenn deine Symbiontenwelle-Anzeige voll ist. Wie ich gerne kämpfe. Geh noch weg. Scheiße. Warte. Den will ich so weg haben, bitte. Oh da ist noch einer. Ich bin eine Einmannarmee. Ich bin eine Einmannarmee. Oh. 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 Oh warte. Oh da unten kommen noch mehr. Oh da unten kommen noch mehr. Jetzt gehen die alle da runter. Na gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so gelevelt habe alles. Ich gucke jetzt einfach mal Sachen aus. Das war ganz cool, aua. Ach, kacke, 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 au, au. Echt, das ist sehr schön, dass ich das vorher weiß. Upsala. Kann ich, kann ich den? Hallo? Ich sehe nichts. Oh Gott. Das ist ja, ah, warte, warte. Ich sehe nichts. Hilfe. Oh, das ist ja so ein großer. Okay, stopp. Okay, stopp. Hier geht es halt viel zu doll. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich muss mich heilen. Ich brauche Heilung. Ähm. Ach, kacke, das war doch jetzt wieder. Warte, 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 warte. Heilen, heilen, heilen. Okay. Okay. Nein, du triffst mich nicht. So. Jetzt müssen wir erst mal. Ach, komm. Ich sehe hier in dem Scheiß gar nichts. Das lasst mich jetzt mal gerade, bitte. Bist du es jetzt noch? Wie, wie konter ich noch mal? Dass der mich noch, das... Ach. Mach ihn platz. Oh Gott sei Dank. Okay. Ich muss schnell zur Kapelle. Ja, schnell. Jetzt auf. Ei, ei, ei. Das war ja anstrengend. Das war lustig. Nee. Oh. Au. Ja, ich glaube, diese Macht, die ist ein bisschen selbstständig. Wo geht's hin? Alles ziemlich gruselig. So, da müssen wir runter. Ciao. Au. Oh, kacke. Oh, no. Oh, no. Nö. Kein Bock. Okay. Okay. Let's ergehen wieder. Du bist es. Ich wusste doch, dass es zwischen uns gepunkt hat. Oh, nein. Oh, nö. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen. Aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Ausweichen. Iiiiihihi. Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Wo ist er denn jetzt? Komm mal da runter. Das ist meine Stadt. Nicht sein Dschungel. Oh, die Aua. Oh, die Aua. Und er hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden. Aha, aha, aha. Ist anders wie bei letztem Jahr. Aha, aha. Das ist doch scheiße. Verspärst wie ein Mini-EMT. Au, au, warte. Warte. Ich bin gerade ein bisschen... Das ist alles nicht so einfach. Dem sein Schilden nervt. Ah, ich spring zu früh. Ich spring... Ja, nee. Das schaffe ich jetzt nicht. Nee. Oh, der ist aber auch ätzend. Ja, 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 ja. Okay. Das hat jetzt einmal funktioniert. Aber ich bin ja immer noch tot quasi. Jetzt haben wir ihn wieder in der Luft. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Au. Kacke. Au, wo bin ich? Wo bin ich? Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Oh Gott, nö. Wieso sind jetzt hier andere? Wo sind wir? Wo bin ich? Wieso sind wir jetzt hier alle? Egal. Ich durfte mich heilen. Ich durfte mich heilen. Ich weiß nur nicht, wo der andere Blut jetzt ist. Au. Aua. Au. 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 Das wird schlimm. Das war der Job. Ich hab Angst. Los, machen Platz jetzt. Oh mein Gott, we did it, ne? Grad so. Oh. Ist das anstrengend. Okay. Okay, okay. Zu dir würde ich gerne. Das sind immer so viele, ne? Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich so wahnsinnig, dass das immer so viele sind. Kacke. Kacke, please. Stehen da. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Ja, genau. Genau, während ich Sache mache. Einfach drauf schießen. Das könnt ihr gut. Oh, haben wir es, haben wir es. Wir haben es. Okay. Wow, das war... Wir haben es überlebt. Das war jetzt genug, Trara. Das, wir haben es überlebt. Ich komme, Craven. Oh, wir haben es überlebt. Oi, oi, oi. Wir müssen da hin. Gut, dann stellen wir uns mal hier hin so. Da oben. Ne, da hin. Okay. Wir setzen uns hier auf das Grab. Wunderschön. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.